Hallo Leute, hier ist Biti, euer Bitcoin Trading Informant und hier ist euer Sonntags Update. Wir checken in dem Video wieder mal gemeinsam, so wie jeden Tag, einmal in Deutsch, einmal in Englisch, was geht so ab bei Bitcoin. Ich habe wieder einiges für euch und wir schauen natürlich mal wieder, ist jetzt hier der Boden erreicht oder könnte es nicht doch noch ein bisschen tiefer gehen. Ja, all das checken wir jetzt in diesem Update. Also Leute, dranbleiben, es lohnt sich. Zurücklehnen, Kaffee trinken, los geht's. So, und wie immer, starten wir mal. Schnelle Übersicht bei CoinMarketCap. Was geht denn hier so ab bei CoinMarketCap? Die Kryptos wachsen weiter. 17.052 Krypto-Coins gibt es heute und wir sehen hier mal ein bisschen hinein. Gestern war ja alles blutrot, alles runtergegangen. Heute hat sich das Bild wieder ein bisschen gedreht. Es geht wieder einiges richtig nach oben. Wir haben einige schöne Coins, die pumpen hier. Schauen wir mal rein. Bitcoin, ja, nicht so wirklich der große Pump, 0,5%. Ethereum schon ein bisschen besser mit 3,1%, aber schaut mal auf die Woche. In der Woche geht Ethereum runter mit 24%, Bitcoin nur unter Anführungszeichen mit 17%. Bei mir ist ein runterschauernder Binance Coin, geht wieder ein bisschen hoch, aber in der Woche auch stark runter. Heute richtig gut unterwegs. Ada Cardano 12,4% im Plus. Hier 13%, Luna geht nach oben, der Dogecoin 9%, Avalanche 12%, Shiba Inu geht auch wieder hoch mit fast 20%. 13% Cosmos, Atom und Algorand 12%, 14% Phantom wieder nach oben, aber das sind alles Coins, die vorher ganz, ganz stark nach unten gegangen sind. Die gehen jetzt mal wieder ein bisschen nach oben. Die Bitcoin-Dominanz ist bei 40,8%, da sahen wir gestern einen großen, großen Ausbruch bei der Dominanz und Ethereum ist bei 18,1%. Gehen wir gleich mal weiter zum nächsten Bild, das ich euch zeigen möchte. Das ist jetzt doch mal eine kurze Übersicht, das ist ja mein zweiter Livestream. Ich habe insgesamt ja drei Livestreams. Einmal den Crypto-Trading-Informanten, da habt ihr neun dieser Coins, der größeren Coins, die habe ich zusammengefasst, im Stundenchart. Da seht ihr momentan bei diesen neun Coins, soll ich gerade kaufen oder verkaufen? Für alle, die mich immer fragen, bitte jetzt kaufen, bitte jetzt verkaufen, schaut euch da mal diesen Stream an. Crypto-Trading-Informant geht auf Twitch, geht auf YouTube. Und da seht ihr jetzt gerade bei Ethereum, ja wir haben ein Buy-Signal hier, da unten war ein Buy-Signal und jetzt momentan geht es mal ein bisschen nach oben. Aber Achtung, hier ist der Kampf mit dem Ribbon Band, hier kommen die EMA 200er her und natürlich haben wir auch die Fibonacci's hier. Also es ist momentan gefährlich, aber das Kaufsignal war hier im Stundenbereich. Dasselbe ist hier beim Litecoin, auch hier hatten wir ein Buy, ein Sell, ein Buy und Achtung, danach ein Sell. Das heißt, wir haben beim Litecoin erst hier dann wieder ein Buy bekommen, das war ein harter Kampf, nicht so einfach wie bei Ethereum. Aber trotz allem, wir haben ein Kaufsignal, ein Ribbon Band und der Kampf. Hier ist Bitcoin, den werden wir sowieso dann genauer checken. XLM ist hier, auch hier gibt es ein Buy, ADA hier gibt es ein Buy, der Binance-Coin hat auch ein Kaufsignal, der Dodge hat hier ganz gleich wie Ethereum ein schönes, klares Kaufsignal geformt. IOTAN-Kaufsignal und auch XRP-Kaufsignal. Also wenn ihr diese neuen Coins tradet, schaut mal hier rein bei Koya Crypto-Trading-Informant, da seht ihr immer wieder live aktuell Kaufsignale, Verkaufsignale. Unten ist auch der MACD, es ist wirklich ganz, ganz viel Wichtiges da drinnen. Jetzt mal weiter die Bitcoin-Dominanz. Die ist ja gestern wunderschön nach oben hin ausgebrochen. Es war ein richtig guter Dump, Pump nach oben. Aber was ist passiert? Wir haben einen großen, großen, großen Docht gebildet. Und ihr wisst Leute, meistens ist ein großer Docht nach oben ein Zeichen dafür, dass es danach wieder nach unten geht. Das ist die Bitcoin-Dominanz. Jetzt mal wieder schön über der Mittellinie, schön hier über dem großen, großen Support. Wenn wir das Ganze von weiter draußen anschauen, am Tag gibt es natürlich unser Death-Cross für die Dominanz. Das heißt, wir sind nach wie vor bei der Dominanz eher mehr Altcoin-lastig. Wenn wir uns das so anschauen, die Altcoins gehen besser momentan hoch als Bitcoin. Nur jetzt halt mal in der kurzen Zeitspanne hier, diese kleine Zeitspanne, ist es mal besser Bitcoin zu traden. Aber ihr seht schon, summa summarum, seit langer, langer Zeit geht die Bitcoin-Dominanz nach unten. Dadurch steigt natürlich die Altcoin-Dominanz. So, was haben wir hier so für News? Das werden wir mal kurz updaten, das Ganze. Dann haben wir mal das Aktuelle hier. Schauen wir mal, was gibt es denn hier so Neues? Ja, das ist nicht so wichtig, auch nicht so wichtig, auch nicht so wichtig, auch nicht so wichtig, auch nicht, auch nicht, auch nicht. Auch nicht so wichtig. Momentan viele News, aber alles nicht ganz so wichtig. Bitcoin runtergefallen, 5,6%, 34.400. Ja, das wissen wir doch schon. Okay, summa summarum, sehe ich jetzt hier nicht das ganz Wichtigste hier bei den News. Lassen wir das mal weg. Gehen wir mal weiter rein in Coin360. Und schauen wir mal. Ja, es ist wieder schöner anzuschauen als gestern, oder? Es ist wieder alles grün. Das meiste ist grün hier. Aber man kann sagen, eigentlich ist alles grün. Das andere sind die Tokens hier. Und ihr seht schon, was ist richtig grün. AVAX, HBAR, Weed, Near, Luna, Algo. Einige Coins sind richtig, richtig schön fett im Grün hier. FTM geht auch wieder nach oben. Bitcoin hier mit 1,2% angezeigt. Ethereum 3,8%. Es ist mal ein bisschen schönerer Tag. Aber Leute, nach so einem riesengroßen Dump nach unten, kann man ruhig mal auch einen kleinen schöneren Tag sehen, oder? Was ist mit der Bitcoin-Temperatur? Die ist ja mittlerweile wirklich ganz, ganz weit unten. Hier ist es jetzt ganz, ganz weit unten. 0,93 Grad. Hat sich nicht viel getan von gestern. Es ist eigentlich schweinig kalt bei Bitcoin, wenn man sich das mit der Temperatur so anschaut. Und jetzt checken wir mal. Was geht hier so ab? Wir bräuchten endlich mal einen Bullischen, einen Bullischen Candlestick-Pattern da unten im Tageschart. Nein, nichts ist da. Im Wochenchart, nein, nichts zu sehen. Im 5-Stunden-Bereich. Hier war der Doji-Star. Hier war mal ein kleines Bullisches Zeichen. Ein Doji-Star für ein Bullisches Reversal. Dass es jetzt vielleicht wieder ein bisschen nach oben geht. Aber auch nicht ganz so wichtig. Wichtig war der lange Docht nach unten. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir jetzt vielleicht mal den Boden haben und hier mal wieder nach oben gehen können. Hier hatten wir auch den langen Docht nach unten und dann eine schöne nach oben Bewegung. Vielleicht schaffen wir das auch hier jetzt wieder. Wenn wir uns alleine nur diesen Bullischen Doji-Star anschauen und den Docht nach unten. So langsam aber sicher kommen wir jetzt immer weiter rein in unsere Analyse. Was ich euch hier zeigen möchte ist der VPVR. Und das ist hier ganz ganz schön zu sehen. Wir sind im Tageschart und da hatten wir hier natürlich bei 34.000 in etwa, wo wir jetzt sind, die meisten Bewegungen, das meiste Volumen hier. Wir sahen es auch immer wieder hier. Dieser VPVR ist meiner Meinung nach jetzt nicht ganz so wirklich wichtig. Denn wenn ich mir einen Chart anschaue, sehe ich ja von selbst, in welcher Preisspanne sehr oft und sehr lange getradet wurde. Und das sehe ich auch jetzt hier wieder. In dem Bereich hatte ich einfach sehr viel Bewegung, sehr viel Bewegung. Und natürlich ist auch hier dann dieser Spike am höchsten. Und natürlich ist auch dann hier diese Möglichkeit da, einen Support zu sehen. Das gleiche war natürlich auch hier oben. Ganz viele Fights hier bei dem Punkt, wo wir die linke Schulter, die rechte Schulter hatten. Und das Ganze haben wir verloren nach unten. Die große Frage ist jetzt natürlich auch die, ist das jetzt der Boden oder könnte es nicht noch weiter nach unten gehen? Und da habe ich auch was Schönes gefunden für euch. Das möchte ich euch auch kurz zeigen. Und zwar muss ich nur mal kurz checken, ob ich das auf die Schnelle jetzt auch finde. Nö. Finde ich natürlich auf die Schnelle jetzt hier nicht an. Gehen wir nochmal nach oben. Hier natürlich auch ganz klar. Das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Ihr wisst ja Leute, ich liebe es. Zeige ich euch jetzt auch mal kurz. Ich liebe es ja, die Elliot Waves zu zeichnen. Ein 1, 2, 3, 4, 5 ist gar nicht so schlecht. Das Ganze auch, ich habe es so ähnlich hier. Und jetzt die große Frage in ABC Korrektur nach unten. Und geht sie wirklich wieder hier runter? Geht sie wirklich wieder runter? Vielleicht in den Bereich von 32.000? Ich habe euch ja gestern auch ein Video hochgeladen, wo ich euch geschrieben habe, ist 32.000 wirklich der Boden? Bitte schaut euch das Video an. Ist wirklich ganz interessant. Wir werden heute vielleicht nochmal kurz darauf eingehen. Gehen jetzt aber mal weiter rein in die Analyse. Ich will es nicht allzu lange machen für euch. Ich habe hier ja schon das Bild, was ich euch zeigen möchte. Das war auch schon das Bild gestern. Das Ende vom Video. Nämlich meine Prognose, dass wir hier bei 32.700 wirklich einen Boden sehen könnten. Ich habe gestern auch eine Umfrage gemacht im Livestream. Da waren glaube ich 70% dafür, dass wir jetzt sofort wieder nach oben pumpen. Und nur 30% waren der Meinung, es geht noch weiter runter. Also die Grundstimmung ist jetzt mal, es sollte hier mal ein kleines Bötchen sein. Und wenn wir uns den Tagesschat hier so anschauen, wir haben einen wunderschönen Aufwärtskanal in diesem Tagesschat. Auf den halte ich noch immer fest. Wir haben die Mittellinie. Auf die halte ich auch noch immer fest. Aber, aber wir haben das Desk Cross. Das ist auch nicht hier wegzuwischen. Desk Cross danach richtiger Dump nach unten. Ich weiß immer, wie viele immer sagten, ach das Desk Cross und Golden Cross, da passiert ja nicht wirklich was. Leute, stimmt nicht. Desk Cross, richtiger weiterer Dump nach unten. Golden Cross, richtiger weiterer Pump nach oben. Desk Cross, richtiger nächster Dump nach unten. Es passiert sehr wohl immer was. Also die Desk Cross Geschichten sind so wichtig. Und ich werde euch immer wieder weiter darauf hinweisen. Achtung Leute, es gibt ein Desk oder ein Golden oder wir könnten eins formen oder, oder, oder. Ich finde es einfach wichtig, immer wieder die größere Geschichte im Auge zu haben. Und nicht nur in den ganz kleinen 15 Minuten Zeitfenstern herumzuspringen. Nein, auch das größere Ziel ist wichtig. Und ich hoffe jetzt erstmals, Leute, ich bin ein großer Hoffer. Kein großer Koffer, sagen vielleicht manche auch. Aber ich sage eher mal ein großer Hoffer, dass wir hier vielleicht jetzt den Boden sehen bei 32, dann mal vielleicht wieder mal die Mittellinie antesten könnten. Die Mittellinie liegt jetzt, ich weiß, kommt immer darauf an, wo bei 52.000. Ich würde mir erhoffen, jetzt mal wieder einen schönen Aufwärtskanal zu sehen und nicht nur richtig fett nach unten zu crashen. Auf die nächsten wichtigen Punkte, die wisst ihr auch schon im großen Zeitfenster. Ich zeige es euch nochmal ganz schnell. Hier natürlich nach unten. Nächster großer, großer, großer Support, nicht von der Hand zu wischen, ist hier eigentlich bei 28.000. In etwa, wenn man das so eins rechnet, dann seht ihr auch schon, da waren so viele Spikes nach unten, ist natürlich der nächste große Support. Sollten wir die 32 verlieren, ist natürlich ganz klar, wie gestern schon gesagt, 29.000, 30.000 unten der Riesensupport. Wenn wir auch den noch verlieren, dann haben wir echt ein Riesenproblem. Ihr wisst ja, Schulter, Kopf, Schulter, habe ich euch auch schon immer gezeigt. Da habe ich die Prognose für 15.000. Eigentlich ist das keine Prognose, eigentlich ist das technische Ziel, Leute, nach unten. Aber ja, jetzt mal tiefer hinein, genug geschnackt, mal rein in den 15-Minuten-Chart. Da gehen wir mal jetzt ganz richtig rein in die Olga. Und was sehen wir im 15-Minuten-Chart? Da fängt es schon wieder an mit dem Golden Cross und Death Cross. Hier hatten wir ein Death Cross. Bei dem Punkt, wenn ihr alleine nur beim Death Cross Short gegangen seid, wie zum Beispiel Crypto Sharknado das gemacht hat, dann habt ihr von 42.000 schon mal runter einen wunderschönen Short gemacht. Wenn ihr den jetzt nicht momentan mit einem Hebel versehen habt, sondern einfach nur mal runter seid, seid ihr momentan bei 15%, ganz tief unten sogar fast bei 20%. Also, alleine hier war dieser Death Cross schon mal super. Hier hatten wir einen echt großen Kampf. Death Cross, Golden Cross, Death Cross, Golden Cross. Nein, es ist im Endeffekt hier dieser Fake-Out nach oben gewesen nach dem Death Cross und danach die große Kerche nach unten, der Death Cross. Wir haben nach wie vor den Death Cross und auf was wir natürlich auf nächstes schauen werden, Leute, ganz klar, der nächste Golden Cross. Auch im 15-Minuten-Chart ist es nicht ganz so wichtig, ich weiß das, aber auch hier im 15-Minuten-Chart hoffen wir mal ein erstes positives Zeichen zu sehen. Das wäre, wenn die grüne Linie weiter nach oben geht, die rote Linie weiter nach unten kommt, wir könnten hier dann einen Cross sehen und dann schön nach oben mit einem Golden Cross mal ein bisschen bouncen. Das wäre mal wieder eine schöne kleine Aufwärtsbewegung, die wir alle, glaube ich, sehen möchten. Außer die, die jetzt noch immer short sind, wie Crypto Sharknader zum Beispiel, glaube ich, ist noch immer short, obwohl da unten bereits eine nette Bodenbildung war. Erstmals, erstmals, erstmals. So, okay, jetzt gehen wir aber wirklich tiefer rein. Jetzt checken wir mal ein paar Indikatoren mit dazu, denn im 15-Minuten-Zeitfenster geht momentan ja richtig die Party ab. Also auch gleich mal rein Relative Strength Index und MACD, den ich nie anfinde. Moving Average, scheiße. So, und zu viel auch schon da. Wir geben den Ichimoku mal raus, hauen jetzt nochmal den MACD dazu. So, aber jetzt sind wir mal schön hier mit dem Bild. Was geht ab? Erstmals, da oben sehen wir schon mal, wir sind über der grünen Linie. Support, sehr gut. Rote Linie kommt von oben runter, Leute. Das ist jetzt der große Kampf. SMA 200 kommt von unten. Die 50er kommt von oben. Und das ist jetzt der große, große, große Kampf. Ich sage es euch immer wieder, grün ist die 50er. Die 50er ist unten. Habe ich es falsch gesagt? Die 50er ist unten unser Support. Die 200er ist der große Widerstand. Da fighten wir momentan. Wir sehen hier, Support 35.300, Widerstand 36.300. Das ist jetzt mal der große Fight, in dem wir uns befinden im 15 Minuten Chart. Jetzt gerade im Moment live. Wir haben jetzt natürlich auch den RSI, der ist wirklich schön gestiegen wieder. Ist schon wieder gefährlich gestiegen hier, Richtung fast überverkauft. Nicht gut. Wir haben einen schönen Support nach unten, auch gut. Und die große Frage ist jetzt, wie weit kann es noch nach oben gehen? MACD war bullish hier, aber mit der Kerze jetzt haben wir es wieder auf Bearish gedreht. Ihr seht schon, erste rote Kerze ist hier. Wir sehen einen leichten Cross hier. Blaue Linie kommt schon wieder runter. Das ist nicht gut momentan. Nicht gut. Wir gehen gleich ein bisschen höher. Schauen uns mal. Da hätte ich natürlich auch noch gerne eines mit dabei. Das ist das Ribbon Band. Ribbon Band immer wieder gut und gerne gesehen. Und immer wieder hier mal mit rein. Ribbon Band. Ah, da oben kommt die EMA 200 auch daher. Und wir sind momentan über dem Ribbon Band. Wir haben endlich mal wieder was Grünes. Ein Long Signal, weil wir das Ribbon Band endlich wieder als Unterstützung haben. Das ist mal gut so. So, rein jetzt mal in den Stunden Chart. Ui. Und im Stunden Chart kämpfen wir jetzt momentan wirklich hart mal mit dem roten Ribbon Band. Das sehen wir da. Ganz schön rotes Ribbon Band. Wir sind in der Mitte drinnen. Gehen wir weiter raus. Und was sehen wir noch? Was kommt hier noch daher? Die grüne Linie von unserer Ram. Von unserer Ram. Wo ist er? Von unserer Ram. Das Cross. Hier. Grüne Linie kommt hier daher. Liegt auch gleichzeitig bei 36,3 als Widerstand. Und auch das ist jetzt die große Geschichte. Können wir da drüber kommen oder nicht? Und natürlich jetzt auch noch dann das Ribbon Band EMA 200 nach oben. Hier ist sowieso ganz viel los. Nach unten geht es leichter momentan als nach oben. Ja, warum denn? Weil wir nach oben so viele Widerstände haben. Aber unten keine Supports, Leute. Bearish. Wir gehen jetzt auch noch rein wieder in den 4 Stunden Chart. Schauen wir uns das Ganze da mal an. So. 4 Stunden Chart. Was geht hier ab? Ribbon Band ist jetzt nicht mehr so ganz interessant. Ist schon viel zu weit oben momentan. Brauchen wir nicht. Golden Cross, Death Cross brauchen wir hier nicht mehr. Wir sind ganz klar im Death Cross. Wissen wir ja alles. Raus damit. Jetzt aber rein mit dem... Schauen wir mal das Multicolor Bollinger Band an. Das schaut ja wirklich doof aus. Der richtige Dump nach unten hier. Und wir sind hier am Ende des Bollinger Bands. Und jetzt können wir mal versuchen ein bisschen hoch zu kommen. Und da ist auch die Mittellinie. Sieht man jetzt ein bisschen schwer. Aber da ist die Mittellinie bei 37,9 vom Bollinger Band. Haben wir richtig momentan vergeigt nach unten. Schöne Akkumulierungsphase hier. Der Versuch mal mit leichten Grün nach oben auszubrechen. Fake Out. Bam. Klatsche runter. Okay. Vergangenheitsbewältigung ist immer einfacher als die Zukunft. Ganz klar. Jetzt mal schauen wir natürlich auch den Relative Strength Index an. Der ist ja jetzt vom Überverkauften wieder hochgekommen ein bisschen. Wir sind bei 31 Punkten. Alles gut. Da ganz oben kommt erst der Widerstand daher. Müssen wir eigentlich gar nicht darauf hinweisen. Machen wir es trotzdem. Schaut mal hier so weit oben. Könnten wir jetzt mal wirklich hochknallen hier auf die 41.000 wieder. Wäre das nicht super diesen Abwärtskanal wieder anzutesten da oben? Wäre möglich. Gehen wir rein in den Tageschart. Tageschart. Wir sind nach wie vor stark überverkauft hier beim RSI. Da ist viel Luft nach oben. Könnte es durchaus sein im Tageschart, dass wir jetzt mal ein bisschen Luft holen. Und wieder ein bisschen Luft bekommen. Hier ist auch der Widerstand nach unten da. Und ja. Schaut momentan mal so aus. Das Multicolor Bollinger Band ist sowieso katastrophal nach unten ausgerissen. Ganz aufs Ende. Werden wir jetzt mal weggehen. Und stattdessen holen wir uns jetzt mal hier dazu. Den Moving Average. Der ja auch wieder bearish gekrosst hat. Das ist nicht gut, Leute. Wir hatten hier schon einen Bullischen Cross. Hier bei dem Punkt einen Bullischen Cross. Wieder sind wir nach unten. Also wir hatten hier den bearishen Cross eigentlich, wenn man so sagen will. Wieder sind wir von hier nach unten gegangen. Eh klar. Das war auch der Absturz. Wir bauen die roten Kerzen. Und das schaut natürlich ganz, ganz schlecht aus. Schnell rein in den 4 Stunden. Der 4 Stunden Chart. Der MACD. Der könnte uns jetzt helfen, Leute. Auch wenn der jetzt crossen würde. Wir brauchen einen Cross. Blaue Linie über die braune. Ihr seht schon. Es hat hier abgebaut. Das ist vielleicht ein Zeichen für eine Bodenbildung. Für eine kleine Bodenbildung im 4 Stunden Chart. Und dann der Cross. Erste grüne Kerzen nach oben. Und yes, come on. Der pumpt nach oben. Das wollen wir jetzt eigentlich sehen. Bevor wir jetzt das Video beenden. Es dauert mir heute schon wieder viel zu lange. Sorry, Leute. Ich gebe jetzt noch einmal hier die ganzen Drawings raus. Ich gebe hier noch einmal alles raus. Ihr wisst ja ganz genau, dass wir meine super tolle Linie von unten nach oben leider hier nach unten durchbrochen haben. Hier war der Versuch nochmal rüber zu kommen, aber richtig böse nach unten durchbrochen. Ihr wisst ja, dass wir nach wie vor die Schulterkopf-Schulterposition haben mit dem technischen Ziel da unten. Irgendwo bei 15.000. Und was ich euch jetzt aber noch zeigen möchte, ist natürlich jetzt die Geschichte. Wir haben das vorhin schon kurz gesehen. Ein, ähm, 1, 2, 3, 4, 5, eine Welle nach oben. Und natürlich jetzt die große Frage. Eine A, B, C nach unten. Wo ist unsere C? Ihr seht es auch wunderschön. Es ist hier ein wunderschönes, perfektes Schulterkopf-Schulterpaddle. Und wir haben den C-Punkt. Nur die Frage ist jetzt wirklich, wo ist der C-Punkt? Der kann natürlich auch weiter unten sein. Der kann auch auf die 30 gehen, der kann auch auf die 32 gehen. Na, er könnte auch auf die 15 gehen. Das wollen wir aber hoffentlich nicht sehen. Leute, damit lasse ich euch jetzt mal alleine. Momentan ist es hart und gefährlich. Aber ich bin dafür, dass es jetzt mal eine leichte kleine Bewegung nach oben geben könnte. Wir haben hier ganz viel, wenn wir uns den VR anschauen, ganz viel Bewegungen gehabt. Immer wieder hier. Also vielleicht mal ein bisschen nach oben, ein bisschen seitwärts, ein bisschen ein Kampf. Und dann die große Entscheidung, geht es weiter runter oder nicht? Wichtig, Abwärtskanal nicht vergessen. Das ist unser Abwärtskanal. Solange wir in diesem bösen Abwärtskanal drinnen sind, ist natürlich alles bearish und alles möglich. Und wir haben natürlich hier die Nase beißt. Und wir haben natürlich hier den Mittelkanal wieder mal perfekt. Also wirklich, der Abwärtskanal ist immer wieder. Also die Kanäle, Leute, ich liebe diese Kanäle. Wieder mal perfekt, perfekt. Ich glaube auch Fritz hat mir das geschrieben. Er hat den auch so am Schirm. Perfekt fast wieder mal hier, wenn ich es schöner gezeichnet hätte. Angetestet. Und jetzt mal vielleicht so ein bisschen eine Bewegung. Und komm schon, jetzt könntest du ja doch ein bisschen mal nach oben gehen hier, oder? Batcoin. Leute, das war es für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Wenn ihr irgendwelche Ideen oder andere Meinungen habt, bitte schreibt es mir rein in die Kommentare. Würde mich freuen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das gefällt. Gebt mir einen Daumen nach unten. Nein, gebt mir keinen Daumen nach unten. Habt mich einfach sehr lieb. Das würde mich am meisten freuen. Leute, danke schön fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis morgen. Euer Biti. Ganz wichtig. Kein finanzieller Ratschlag. Das Ganze hier natürlich. Und ich wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao, Leute.